Wenn du ohne mich nach Vegas fahren willst, ist das völlig in Ordnung. Was redest du da für ein Quatsch? Naja, für uns du sind deine Kumpels und das ist dein Junggesellenabschied. Und die beiden lieben dich. Jungs und ihre Junggesellenpartys, das ist eklig. Ja, das ist echt eklig. Ich wünschte, deine Freunde werden genauso erwachsen wie du. Die sind erwachsen eigentlich. Du musst sie besser kennenlernen. Anruf für Dr. Warnduscher! Sprechstour! Und das ist Vegas. Auf eine Nacht, die wir nie vergessen werden. Ja, hier. Was ist letzte Nacht passiert? Scheiße! Sag mal, fehlt mir dein Fahrrad? Wem gehört denn das Baby? Hat's ein Halsband mit Adresse? Ich hab überall gesucht, niemand hat Doug gesehen. So eine üblen Karte hatte ich noch nie. Was hast du denn da am Abend? Du warst gestern im Krankenhaus. Es ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir Doug finden. Hier ist ihr Wagen, Officers. Oh Gott. Nein, ich glaub, da war nur sie und so ein anderer Typ. Ging's ihm gut? Ja, bestens. Er war nur völlig besoffen. Oh, scheiße, waren wir fertig. Können Sie uns vielleicht sagen, was letzte Nacht passiert sein könnte? Hey, Glückwunsch, du. Du bist verheiratet. Sie trägt den Holocaust-Ring meiner Großmutter, Leute. Ich wusste gar nicht, dass sie da Ringe verteilt haben. Polizei! Okay! Diese Gentlemen möchten uns demonstrieren, wie Elektroschocker benutzt werden, um Verdichtige außer Gefecht zu setzen. Sekunde, was? Voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Nein! Bist du ausreichend qualifiziert, um dich ums Baby zu kümmern? Oh mein Gott! Wir heiraten in fünf Stunden. Ja, naja, das kannst du vergessen. Was soll der Scheiß? Mike, heiß? Gleich kommt meine Lieblingsstelle in den Song. Er kann's noch. Keep in paz. Das war in die Fresse. Ja, trail靴. AOTHER le ver 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 ver